Eine besondere führende Rolle bei der Gewöhnung der Jugendlichen an Alkohol kommt dem Bier zu. Bier ist nämlich nicht nur das gefährlichste alkoholische Getränk, sondern es zerstört auch noch das Hormonsystem des Menschen. Schuld daran ist einer der Bestandteile des Bieres, der Hopfen. Er verleiht dem Bier seinen besonderen bitteren Geschmack. Aber vor allem enthält der Hopfen Phytoöstrogene, pflanzliche Gegenstücke zu Östrogenen, den weiblichen Geschlechtshormonen. Der Körper einer gesunden Frau produziert etwa 0,3 Milligramm Östrogen pro Tag. Das entspricht der Menge eines halben Zuckerkristalls. Aber diese Menge ist bereits ausreichend, damit eine Frau eine Frau sein kann. In einem Liter Bier beträgt der Phytoöstrogengehalt etwa 36 Milligramm. Also das Hundertfache davon. Ein Überschuss an diesen Hormonen verursacht bei Frauen schwere hormonelle Störungen, verstärkten Haarwuchs im Gesicht, Überfettung und die Stimme der Frau wird rauer. Je früher eine junge Frau anfängt, Bier zu konsumieren, desto weniger Chancen hat sie, gesunde Nachkommen zur Welt zu bringen. Beim Brauen von Bier, auch von alkoholfreiem Bier, wird der Bierlösung Hopfen zugesetzt. Der Hopfen ist eine klassische Drogenpflanze und ist mit der Cannabis-Pflanze verwandt. Wenn also Hopfen in die Bierlösung eingekocht wird, selbst bei alkoholfreiem Bier, werden Substanzen, die als Phytoöstrogene bezeichnet werden, ausgekocht. Bei Männern hemmen die Phytoöstrogene im Bier die Produktion von Testosteron, dem männlichen Sexualhormon. Allmählich wird der Körper des Mannes von weiblichen Hormonen dominiert. Der Biertrinker bekommt schließlich einen Bierbauch und entwickelt eine sehr gefährliche viszerale Fettleibigkeit. Die Brüste schwellen an, er verliert das Interesse an Frauen und wird allmählich impotent. In Westeuropa leiden am stärksten Deutschland und Tschechien unter der Vernichtungswaffe Bier. In Tschechien gibt es sogar einen passenden Spruch dazu. Der Bierliebhaber ist wie eine Wassermelone. Während er immer dicker wird, verwelcht sein Schwänzchen. So sieht es aus. Da haben die Tschechen in Bezug auf das Biertrinken eine scharfsinnige Beobachtung gemacht. Wie bei einer Frau lagert sich beim Biertrinker auf den Hüften und auf der Taille Fett ab und die Muskelmasse wird ebenfalls durch Fett ersetzt. Sein hormonelles Gleichgewicht verschiebt sich in die weibliche Richtung. Das heißt, er beginnt sich allmählich von einem Mann in einen hysterischen, zickigen, verweichlichten Waschlappen zu verwandeln.